Hallo YouTuber, willkommen bei eurem Don Franke. Und dieses Mal ist es ein Auftakt einer Serie, die ich auf jeden Fall auch mal durchziehen werde. Nicht so wie jetzt Roto V100 mit meinen Kollegen, die haben sich irgendwie nicht mehr gemeldet. Also habe ich beschlossen, ich mache jetzt was komplett folgendes, wie ihr seht. Gut, Roto V100. Bargeld, ein bisschen wenig, Offshore, naja auch ein bisschen wenig. Weil letzten Tage nicht so aktiv, habe einfach generell sehr viel zurückgesetzt. Dann habe ich immer wieder neue Loadouts probiert und ich denke, jetzt habe ich vernünftiges Grundbasiswissen für diese Serie. Ja, dann hier. Meine schönen Waffen. Na gut, die Nackenwaffen sind nicht wichtig, Granat auch nicht. Meine Panzerung, naja. Meine Masken. Jo, wir sehen können, ich habe alle DLCs. Und ja, was werde ich machen? Der eine wird sich bestimmt denken können, wenn ich jetzt schon auf Optionen gehe. Ich mache einen Road to V100. Herzlich willkommen zum Auftakt einer neuen Serie. Oh Gott, das wird heißen, der Struggle ist real. Ach fuck, ich werde gleich vorher schitten. Okay, das war ziemlich super glatt. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz einen kleinen Cut, weil dafür kommt dann eine Nachricht von Vayne. Ja, wie ihr sehen könnt, ja. Es sind auch noch einige Leute online oben. Hier steht haben wir es jetzt. 1.49 Uhr nachts. An einem Montag. Komm, an einem Start hier. Ich habe mich eben. Eine Nachricht kommt von Vayne. Na gut, mache ich jetzt einfach einen kleinen Cut. Und dann könnt ihr gleich sehen, theoretisch. Dann mache ich mir immer das bei so etwas zu freuen damit. Ich werde einmal den gesamten Weg mit euch gehen. Zu V. Zu. Zu XXV100. Bis gleich. So, anscheinend gibt es da nichts Neues. Also, wie ihr sehen könnt. Ja, Material, Maske, Material, Waffe. Ja. Wir sind Back, Back to the Roots. Kann letzte Waffe mir dann nicht verkaufen. Jo. Melee. Oh ja. Ne? Ach schon da, ich muss ja erst noch Level machen. Ja. Womit fängt man als kleiner Force an. Das haben sie sogar noch drin gelassen. Okay. Ich wundere mich jetzt zwar, aber gut. Na gut, dann holen wir uns hier das Cash-Up. Weil das hatte ich eigentlich vorher gemacht, bevor ich Dings hatte. Wo du besitzt sechs von zwanzig über Wormux. Wie? Normal. So, ich hab'n Schalldämpfer gekriegt. Das ist praktisch. Into the Dark. Und... So, ich hab'n als Anfänger. Man macht die Juwelier. Fuck, stimmt ja. Ich hab' ja gar kein Geld für Juwelier, so das zu machen. Ha, wie gut, dass das einfach gerade nicht aussehen gespawnt ist. Warum zeigt's mir das noch an? Oh Gott, das ist egal. Iss mich Latex. Ihr seht, ich hab' da echt'n Haufen auf das gezockt. Okay, Crew. Ja, ich hab' die Dinger zwar, aber... Ja, hab' ich zwar, aber egal. Versteh' ich jetzt nicht, aber gut. Okay. Mäh, mäh. Mäh, 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 mäh. Ja, ich verwende'n komplett anderes Ventil-Nemchen-Tänz. Einen kleinen Mod-Pack. Okay. Äh, hier drin ist mein... Allem anschein' noch Kino-Wache. Machen wir's uns ganz einfach. Was macht man zwar eigentlich nicht als Anfänger? St. 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 egal jetzt ist der kollege auch noch haben fick dich du lebst hier nicht weiter soeben nur fall da macht man jetzt einfach mal zwei ich bin sützig dass die einen voll aufgeladenen schlag halten stopps stopps ich bin da nicht reinkommen nein gott sei dank hat das keine wache gehört wenn es hier eine gibt das weiß ich ja nicht okay da ist keiner okay es gibt zwei wachen das ist nicht ganz so premium aber gut dann wollen wir mal anfangen mit dem ich habe mich ja schon auf diese distanz übersehen weil ich ja so ein urgesicht wackelt habe ich werde mich auf jeden fall eine menge sachen sehen ich werde auf jeden fall eine menge sachen sehen wo man sich denkt alter ist das jetzt dein ernst zum beispiel werde ich mir am anfang erst mal dinge skillen na wie heißt es der president wo man denkt alter warum der president ist so ein skill den man über infamy also den man ab infamy hier nicht mehr skillet weil man ja erst mal fresh sein gesamtes skill behält faktisch so drei taschen natürlich hier als am anfang erstmal so viel wie möglich rausholen wir sehen können zack wir brauchen das geld ich war jung und brauchte das geld setzen wir hier den bohrer an hat keiner gesehen gott bin ich langsam ich kann sogar mitmachen ohne dass es die wachen gehört ich kann sogar mitmachen ohne dass es die wachen Gutes Taschengeld. Du siehst mich nicht. Oh Gott, er hat was gesehen. Scheiße! Das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber gut. Scheiße! Wie gesagt. Scheiße. Und ich bin auf Normal, hab keine Rüstung. Kein Level. Das heißt, das wird jetzt ein Arsch. Ich hab zwar 30.000, aber... Toll. Prächtig toll. Das heißt, ich darf mich jetzt auf die KI verlassen. Nee, da weißt du ja, wie gut die KI in diesem Spiel ist. Ja, mach du mal. Ich... Gott sei Dank hab ich mir die Waffe nicht geschalten. Oh ja, dieses Mod-Pack sieht so geil aus, Leute. Mann. Ist schon wieder Premium gelaufen, ey. Oh Gott, kurz. Jo. Schlimmste Fall. Scheiße, ich bin ja auch im Offline-Ding. Haha! Ich kann gar nicht die Labyrinth aufmachen. Ja, genau. Oh fuck, ich seh nix. Wo bin ich? Was mach ich hier? Mami! Ah, Scheiße, ey. Es wär echt besser gewesen, hätte ich erst geschossen, ein bisschen gewartet und ihn dann erlebt, den Zweiten erledigt. Scheiße. Nächstes hab ich eins. Ne Menge... Munition. Und nächstens... Ich kann mir die Labyrinth nicht wegsterben. Oh Mann. Bleibt schon mal super für die erste Folge, Leute. Lasst nen Daumen da. Äh, hilf mir mir. Faye! Alter! Mädels! Au! Das tat weh, du Fichser! Du kriegst Granate. Ach, die ziehen sich schon zurück? Das war ja klar. Nö. Und das war's mit den Zivis. Sniper? Sollt ihr mich ernsthaft trollen? Sniper echt jetzt. Sachen, die man nur in einem Let's Play findet. Sniper auf Normal. Alter, ich wusste nur nicht mal, dass es Sniper auf Normal gibt. Ich dachte, das sei bloß so ne Legende. Sniper auf Normal. Oh, Dodge! Save me! Dodge! 25.000. Äh, ich bin auf die letzte Tasche. Ne. Ich geh raus. Äh. Ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Ich muss entkommen. Nein, ich muss eine Flucht machen. Nein! Nein! Ah, fuck! Oh, scheiße! Nein! 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 Ich muss eine Flucht machen. Was? Wie lange? Wie lange muss ich diese Höhlenqualler leiden? Nein! In einer Minute. Okay, das kann ich aushalten. Soll ich dann vier Minuten habe, um diese scheiß Taschen zu bewegen. Ah, Mann, ey. Das Suckt Balls. Und zwar Hardcore. Was? Cpu, tu mal was. Bitte. Zehn Sekunden. Ob ich sitze da drüben. Oder da drüben. Yes! Vier Minuten, perfekt. Ich frage, ich habe den Taschen vergesse da hinten. Oh, Mann. Wunderbar. Das geht schon wunderbar hier los, ey. Ich glaube, es hat. Ich werde mich im Anfang natürlich ein bisschen als Band oder Solo sehen, damit ich irgendwie in den Level-Bereich komme, wo man anderen irgendwie eine Hilfe ist. Und deshalb heißt es halt normal ist die Qual. Ich glaube, dass wir nicht so kommen, ungefähr 8000 bis jetzt. Huch! Ich glaube, dass wir nicht so kommen, ungefähr 8000 bis jetzt. Dann, wie es ist das ist, wenn man... Dann, wenn ich nicht so komme. Ich fühle mich auf das mal. Du kannst es nicht so kommen. Also, die wir sind wirklich schlechte. Sie sind ja auch nicht so gehen. Die hier sind schon wieder nur noch drin. Okay. 30.000 Bargeld, 14.000 BP, ein Level, zwei Level, drei Level, vier, fünf, sechs, sieben Level. Okay, damit lässt sich was ab, damit lässt sich wenigstens was machen. Und, was krieg ich? Material. Also, Leute, im Ernst, Material! So, jetzt. Flüchtling und hier. Gegner machen 5... Na komm, ähm, 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 ja. Gegner machen 95% weniger Lärm, wenn du sie erschießt oder im Nahkampf tötest. Entschuldigung, tötest. Das ist, was wir am Anfang wollen. Los, das hier. Hm. Okay, und jetzt natürlich das Präsident, damit wir ein bisschen schneller an Geld kommen. Ja, Per-Punkte. 140. Ähm, Einbrecher. Das ist das, was wir jetzt als erstes mal hochscillen würden, wenn wir die EP hatten. Okay, dann war's das schon mit dieser einen kleinen 18 Minuten, 20 Minuten Folge. Okay, viel Spaß. Ich hoffe, euch hat's gefallen mit meinem ersten Heist. Und dabei sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. 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 .